Viele Leute beklagen sich, dass wir Studenten nichts zu tun haben und faul sind. Aber auch wir haben unsere Probleme, die wir nicht unterschätzen dürfen. Hallo zusammen, ich bin Achid Balakrishnarangaswamy G. Ich bin seit zwei Jahren im Vorstand von FWSP. Auch bekannt als First World Student Problems. Bis nächste Menti brauche ich 7'000 Wörter für meinen Aufsatz. Und ich habe erst 6'981. Das arbeite ich niemals. Ich war letztes Semester nur auf Jodel und habe die Karma-Punkte gesammelt. Wann wären sie endlich die Punkte jetzt hier so umwandeln? Nur 3.50 Franken. Das reicht niemals. Es ist wirklich schwierig. Jeden Tag werden wir mit neuen Hindernissen konfrontiert und wir sind ganz auf uns allein gestellt. Ich bin so allein. Ich habe niemanden. Seit 20 Minuten 5 Likes, 2 Kommentare. Sind das wirklich meine Kollegen? Schon wieder 2 Stunden Mittag? Was soll ich in dieser Zeit machen? Zum Lernen ist es echt viel zu lange und zum Schlafen viel zu kurz. Ich muss jetzt wirklich Prioritäten setzen im Leben. Das ist doch viel zu früh. Und darum verbreitet das Video und zeiget allen Menschen, wie hart es wirklich ist, Studenten zu sein. Unter der Adresse www.spend deinem Mitleid247.ch Slash Scheisse mit 2 Augen minus 2 Ballettdänzerinnen Hashtag Skip Leg Dice Könnt auch dir mit Leid spenden. Danke. Easy Bro, ist gut. Ist gut, Mann. Ich denke es leid. Nur 3.50 Franken. Das reicht niemals.